Eine komplette High-End-Anlage für unter 5000 Euro. Bleibt dran! Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute soll es um eine komplette Anlage gehen. Und zwar gibt es von der High-End Society, das sind die Leute, die hinter der High-End München zum Beispiel stecken, also die größte Hi-Fi-Messe der Welt, eine Initiative, eine Aktion, die nennt sich Sounds Clever. Dahinter steckt die Idee, dass es nicht nur Anlagen auf solchen Messen zu hören gibt für 50.000, 100.000 Euro, die zwar riesen Spaß machen und auch toll anzusehen sind, aber sich leider viele Leute nicht leisten können. Einfach zu sagen, wir stellen Anlagen aus, komplett spielbereit für 5000 Euro maximal. Und das finde ich eigentlich eine recht coole Aktion. Ich glaube, die läuft jetzt schon ein paar Jahre und so ist es auch dieses Jahr im Mai auf der High-End, dass wieder verschiedene Hersteller und Vertriebe sagen, jawohl, wir machen mit. Wir stellen eine komplette Anlage zusammen bis maximal 5000 Euro, die wir da vor Ort präsentieren, die man sich dann auch anhören kann. Und dieses Jahr ist es so, dass diese Anlagen auch in Magazinen oder hier auf YouTube vorgestellt werden. Und so ist es eben bei dieser Anlage, die ihr hier seht. Das Ganze habe ich hier in Kooperation mit Inakustik bekommen, die nicht nur die Kabel liefern, sondern auch im Vertrieb von Audio Vector und Primare sind. Dieses Paket nennt sich QR1. Es gibt verschiedene Pakete. Schaut da gerne mal auf der Seite von Inakustik vorbei. Ich werde euch das Ganze natürlich unten in der Beschreibung verlinken. Und ich möchte gleich vorwegnehmen, die Anlage, die wir hier jetzt sehen, hat einen Gesamtpreis von 4.992 Euro. Und das Coole ist aktuell, während diese Aktion läuft, das ist nämlich bis 31.05. gibt es das Ganze nochmal mit einem Preisvorteil. Also anstatt diese knapp 5000 Euro gibt es das dann aktuell für 3980 Euro, also dieses QR1-Paket. So, also, dieses Paket besteht aus, wie ihr seht, Lautsprechern, einer Kombination eines Streamers und eines CD-Players und einem Vollverstärker. Wir beginnen mal mit dem Vollverstärker, den ihr da hinten seht. Das ist der Primare i15 und den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Und dieses hier ist die Version mit einem MM-Phono-Eingang. Das Ganze bekommt ihr auch noch ohne Phono-Eingang mit einem integrierten Streaming. Diese Version liegt preislich bei 1350 Euro einzeln. Und das Ganze gibt es in schwarz, wie ihr es hier seht, oder in Titan. Er hat fünf analoge Eingänge, davon, wie eben schon gesagt, einmal einen Phono-Eingang MM. Er hat ebenfalls zwei analoge Ausgänge und er hat zweimal 60 Watt an 8 Ohm und zweimal 100 Watt an 4 Ohm. Von den Abmessungen her, muss ich sagen, sind die etwas kompakter, also die sind etwas kleiner als das übliche HiFi-Format. Aber ich finde, das macht es auch nochmal Besonderes. Die haben eben hier auch nochmal ihre eigene Designsprache, die Geräte von Primare. Und wer da das mag, ist schon etwas Besonderes, finde ich. Und es ist natürlich modern und auch etwas unauffälliger zu integrieren. Also von den Maßen her ist der 72 mm hoch, 350 mm breit und 339 mm tief. Dabei selbstverständlich eine Fernbedienung. Die nennt sich Primare C25, die ist übrigens bei dem anderen Gerät auch dabei. Das ist eine Fernbedienung, mit der man beide Geräte bedienen kann. Das ist ja klar. Und man kann hier auch auswählen, ja, Amp, CD oder Pre, also was man steuern möchte. Das funktioniert tadellos. Das ist aus Kunststoff, die Fernbedienung, wirkt aber trotzdem schön hochwertig und elegant, finde ich. Dann kommen wir zu dem Gerät nebendran. Und da handelt es sich, wie gesagt, um einen CD-Player und Streamer. Und das ist der Primare CD15 Prisma. Der liegt preislich bei 1860 Euro und ist ebenfalls in dem gleichen Format wie der Stereoverstärker. Ihr seht, ich habe hier hinten die Antennen, die optionalen, angeschraubt. Wenn man über WLAN streamen möchte, ich habe das Ganze ausprobiert, aber hauptsächlich in meinen Tests mit LAN per Kabel das Streaming genutzt. Also diese Antennen könnt ihr auch abmachen. Ihr wisst ja, ich bin normal eher Vinylhörer. Aber was ich hier sagen kann, ist, dass auch die CD-Qualität, so wie das Streaming, mir riesen Spaß gemacht hat. Und das Gerät funktioniert tadellos. Zur Einrichtung nimmt man hier die Google Home App zur Hilfe. Und man muss sich da auch nicht groß anmelden. Das funktioniert relativ problemlos, um dann das Ganze ins Heimnetzwerk zu integrieren. Und dann funktioniert das wunderbar, zum Beispiel auch über Airplay, wie man das erwartet und auch gewohnt ist. Wie ihr seht, ist das Gerät vorne relativ simpel gestaltet. Ihr habt nur einen On-Off-Knopf. Ihr habt einen Knopf für Play und Weiter. Und unten drunter einen Knopf für Stop und die CD raus und rein zu fahren. Und hier vorne und an der Seite überall, das ist wirklich schön gemacht aus Metall, Aluminium vermute ich. Also die beiden Geräte sind wirklich sehr, sehr wertig gestaltet. Mir gefällt das sehr gut, auch in dem Fall hier mit diesem schwarzen Finish. Das ist schon richtig edel und merkt man auch, wenn man die Geräte in die Hand nimmt, ganz klar. Ja, und das Ganze geht natürlich dann zu unseren Lautsprechern. Und die geben auch dem Paket ihren Namen, denn es handelt sich um die Audio Vector QR1-Lautsprecher. Ihr seht, das ist ein Zwei-Wege-Lautsprecher, Bassreflex, mit der Öffnung nach vorne, unten. Die Ständer sind übrigens von mir, die gehören nicht dazu. Die Audio Vector, die haben hier oben einen ganz besonderen Hochtöner. Man sieht das ja auch schon. Es handelt sich um einen plattvergoldeten Air-Motion-Hochtöner. Und unten seht ihr auch den Tieftöner. Dabei handelt es sich um einen, wie die das nennen, Pure-Piston-Tieftöner. Der Frequenzgang wird angegeben von 45 Hertz bis 45 Kilohertz. Bei einem Wirkungsgrad von 87 dB. Es ist ein sehr kompakter Lautsprecher, wie ihr seht. Von den Maßen her haben wir hier 32,5 in der Höhe, 19 cm in der Breite und 23,2 cm in der Tiefe. Also, die sind schon sehr hochwertig gemacht. Auch hier alles aus einem Guss. Ein schönes, mattes, weißes Finish. Ihr bekommt die aber auch in Holz, in Walnuss oder auch wahlweise in einem Glanzschwarz. Nennt sich Black Piano. Die liegen preislich bei 1.500 Euro, das Paar. Und eigentlich sind die, sag ich mal, relativ kindersicher. Der Hochtöner sowieso und auch der Bass. Da ist jetzt nichts groß zum Eindrücken. Wobei, das bekommt man natürlich, wenn man will, auch kaputt. Aber es sind natürlich auch wieder magnetische Grills dabei. Frontabdeckungen, die man drauf machen kann, wären jetzt nicht so mein Geschmack. Gerade bei dem weißen Lautsprecher, da würde ich doch schon bevorzugen, dass der Lautsprecher mich anschaut. Das gefällt mir sowieso besser. Auch dabei in diesem Paket sind natürlich die Kabel zur Verbindung. Denn es soll eine komplette Anlage sein, die man, wenn man sich dafür entscheidet, direkt anschließen und spielen kann. Verbunden ist der Primare CD15 mit dem Stereo-Audio-Kabel aus der Premium-Reihe von Inacoustic. Hier seht ihr die Verpackung. Also einmal Kinch-Kabel, das liegt ungefähr bei 40 Euro. Und damit aus den Lautsprechern auch was rauskommt, gehen von unserem Verstärker, dem i15-Lautsprecherkabel, an die Audio Vector QR1. Und zwar handelt es sich da um das Lautsprecherkabel LS40 aus der Exzellenz-Serie von Inacoustic. So sieht das Ganze aus. Die liegen hier bei 239 Euro und ich hatte die kleinere Version davon lange genutzt. Das waren so meine ersten, etwas höherwertigeren Kabel, die LS20, die man auch als Meta-Ware zum Beispiel bekommt. Wirklich solide Kabel und das eben eine Nummer größer, LS40. Die gefallen mir auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. So, dann bleibt mir natürlich noch was über den Klang zu berichten. Und ich muss sagen, ich bin erstmal ohne Erwartungen rangegangen, weil ich weder mit Primare noch mit Audio Vector große Erfahrungen habe. Aber ich muss sagen, als allererstes, ich finde, diese Sachen spielen sehr gut zusammen. Also das passt zusammen, habe ich das Gefühl. Und als ich die ersten Lieder gehört habe, das Überraschendste für mich war vor allem, was was-mäßig hier rauskommt. In meinem Raum hier unten haben wir ungefähr 23 Quadratmeter. Und selbst da hat es mich extrem überrascht. Keine Frage, das bringt natürlich hier nicht die Wände zum Einstürzen. Aber es ist mehr, als man denkt. Dadurch ergibt sich doch wirklich ein rundes Klangbild, wie ich finde. Ich würde es als sehr detailreich und auch dynamisch beschreiben. Das spielt insgesamt auch eher auf der klaren Seite, würde ich sagen. Und auch sehr direkt, aber trotzdem irgendwie in der Kombination, mir fehlen wieder die Worte, vielleicht ist geschmeidig das Richtige. Also klar, direkt und trotzdem hat es irgendwie eine gewisse Geschmeidigkeit, so kann ich sagen. Räumliche Darstellung, auch wirklich klasse. Man muss aber immer dazu sagen, hier unten in meinem Raum ist das schon relativ optimal. Natürlich kann man da auch noch viel verbessern, aber hier hat natürlich ein Lautsprecher die Chance, sich gut darzustellen. Und das haben die wirklich gut gemacht. Also klar, dynamisch, eine schöne Räumlichkeit, mehr Bass, als man denkt. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe daran gemerkt, dass ich wirklich Spaß hatte, da Musik zu hören, dass ich länger sitzen geblieben bin, als ich eigentlich wollte, die Playlist so durchgegangen bin und mein Fuß regelmäßig gewippt hat. Also es hat mich wirklich abgeholt. Und ich finde, wer jetzt was Kompaktes sucht und auch Schlichtes, was Primare hier definitiv liefern kann mit ihrem etwas kompakteren Format, der hat hier für normal 5.000, in dem Fall jetzt aktuell bis Ende Mai, knappe 4.000 Euro. Wirklich eine schöne, komplette Anlage, mit der Musik hören wirklich Spaß macht. Und es gibt verschiedene Händler, die euch das so verkaufen können. Auch auf der Seite von Inacoustic sind diese Händler gelistet. Wenn jetzt bei euch kein Händler in der Nähe ist, dann habt ihr auch die Möglichkeit, direkt mit Inacoustic Kontakt aufzunehmen. Die helfen euch dann da weiter, wenn ihr da Interesse habt. Und wenn ihr in München auf der High-End seid, dann habt ihr sowieso die Möglichkeit, unter anderem diese Anlage dort auch zu hören, bevor ihr euch dann dafür überhaupt entscheidet. Ich werde euch das Ganze unten in der Beschreibung verlinken, wie ihr dazu kommt. Und ich hoffe, für den einen oder anderen ist das was. Vielleicht hat euch das Video auch einfach nur so Spaß gemacht, auch wenn ihr euch aktuell nichts kaufen wollt. Das würde mich freuen, wenn das so ist und ihr noch mehr über Schallplatten und HiFi sehen wollt. Lasst mir doch bitte gerne ein Abo da. Denkt auch mal an einen Daumen nach oben. Über Kommentare freue ich mich sowieso immer. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, dann.